Tricksiebensechzig 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 Wupp It's all night All day It's work only at my computer BAM All night all day BAM All night all day Yay Yay Hallo Leute Ich bin's mal wieder Euer Golden Game Deutschland Ich stelle euch heute Mal wieder mit mir Auf die Tour Luciferous Welt Wir sind schon So lange dabei Jetzt Seitdem das Spiel Sag ich mal da ist Und alles Kannten Haben wir schon sehr Viele coole Sachen erlebt Mehrmals Platz 1 Was für ein Wunderschönes Erlebnis wir hatten Und nun geht's in eine weitere Runde Mal gucken wir Heute mal was Cooles erleben dürfen Oh Snap Fick dich Alles klar Alles klar Das war eine Sehr gute Position Für den Gegner Und ja Was gibt's denn so Auf dem Treppchen Okay Okay Nichts relevantes Na na Ne Damn Digga Digga Was Meins Ich habe ihn geholt Digga Meins Ich hatte ja letztens ein Tutorial rausgebracht Fandet ihr das cool Wenn ihr es noch nicht angeguckt habt Ja dann Könnt ihr es gerne machen Kann ich ja auch gerne als Infokarte Dann ist es jetzt so Plupp ein i Genau jetzt oben Im Bildschirm Einfach anklicken Und ihr kommt auf das Video Also anklicken Da kommt so eine Liste Und dann kommt das Video Und ja Dann könnt ihr euch das mal angucken Falls ihr wissen wollt Wie ihr besser werdet In Sinisterio Das war jetzt ähm Sag ich mal ein Spaß Video auch Weil da merkt man schon Ein paar Sachen Klingt jetzt nicht wirklich Notwendig zu tun Aber Man kann ja auch mal ein bisschen Übertreiben beim Tutorial Ne Beim Tutorial Bam 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 Und kreisen wir Die Beute Damit wir in Ruhe Essen können So war das Sertorio Ne Immer schön mir folgen Kann nicht schief gehen Also die meisten Sachen sind auch gute Tipps Aber Muss nicht Und guck jetzt habe ich so eine Wunderschöne Band gebaut Der kann mir nicht mehr folgen Was für ein Spaß Ich bin weg Yeah Oh ich habe schon 10.000 Das ging aber flott Das ist mir gar nicht aufgefallen Weil ich noch nicht in der erste bin Bam Umkreisen wir die Beute Er gibt freiwillig auf So machen das die vernünftigen Beute Also wenn ihr das seid Natürlich nicht aufgeben Immer weiter kämpfen Aber Wenn ihr Gegner habt Dann sollen Tee bitte aufgeben Schreibt ihm das Per SMS Falls ihr die Nummer habt Ho Nice Aber Aber Ja Oh was machen die denn Oh nein Na 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 I hate him Oh Wupps die Wupps die Wupps die Wupps die Ah mein Ich wollte ihn umzingeln Warum ist er immer länger geworden Und Na Hat rumgespeckt Keine Ahnung Maaan Oh nice Oh nice It's so nice Oh mein Gott What an idiot He is so Ein idiot Man I'm German And Germans are cool Ja Nur so zur Info Oh mein Gott Was für ein Eine Blamage Ich rasiere sie weg Die Blamagen Hier warte ich krieg den auch noch Okay Wir wollen ja nicht übertreiben Ne Wir wollen ja nicht übertreiben Ja Gold hier Golden Gelb Das ist meine schöne goldene Farbe Ne Weil das ja Eigentlich Die Die Farbe meines Namens Und Logos ist Ne Schön goldig Schön fett Schön Gut Was haltet ihr eigentlich von dem Namen Oder Oder habt ihr bessere Vorschläge Die ich später ändern kann Also ich wollte eigentlich jetzt nicht Golden Game 16 heißen Ich wollte eigentlich nur Golden Game heißen Aber das ging doch nicht irgendwie am Anfang Wegen Ich wusste gerade nicht zur Zeit Wie der Name nochmal geht Wenn man den zusammenschreibt Also ich glaube da muss man erstmal Ich glaube ich 500 Abos erreicht haben Um das machen zu können Habe ich glaube ich mal In den Einstellungen von Youtube da gelesen Ist glaube ich geändert worden mal Und ja jetzt muss ich erstmal warten bevor ich das ändern kann Ich glaube das war so Oder so wenig Ja und wenn das passiert ist dann kann ich auch vielleicht Golden Game normal heißen Ne Oder was halt einem einfällt Die 16 ist halt nur weil ich mit 16 angefangen habe so Und ja Eigentlich keinen tieferen Zweck hat die Zahl Und ja Das wärs dann auch ja Das wär alles Was man dazu wissen sollte Vielleicht stirbt ja einer von denen jetzt Yeah was geht ab Was geht ab Was geht ab Was geht ab Okay Dann gehen wir mal Auch den Typen hinterher zur Mitte Der war schon auf dem richtigen Weg zum Glück Oh Ui 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 Supi Mann Was soll das Mann Willst du mich ficken oder was Nein Immer diese Leute Ne Hier komm ich bin kleiner aber ich bin besser Aha Nein Na Ah lol Das habe ich nicht kaum sehen Immer diese Fails man Wie im Abo Special Immer diese Fails Mensch 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 Ja Also die positive Bewertung bei dem Special fand ich echt nice von euch Echt großen Dank dafür dass ihr so gut bewertet und kommentiert ihr seid echt eine gute Community für einen wie mich der noch nicht lange dabei ist und ja noch wachsen will oh nice haha Ja Lach hier Komm Der Typ da oben Komm schon wenn du stirbst dann habe ich den Arsch von dir im Visier Vielleicht muss ich ihn auch erst töten Oh Ui Bam 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 Oh snap It's a fucking tip Alter ist ja dämlich Haha Ja Twig You out bitch Diese Dinge bringen auch irgendwie glaube ich ein bisschen großen zu Kann das sein Ich glaube schon Ich glaube habe ich mal gelesen in den Kommentaren Hat jemand mal gesagt weiß grad nicht wer Sorry Nope Mich fixst du nicht heute Fixt da Ist das nicht ein YouTuber Ach keine Ahnung Yeah Yeah Bam Junge I need some milk Alter Ich bin hier der goldene Mann Nichts gegen mich he You want him oh Hier ist wieder so ne Seele Jo Hab ich G-nommen Komm her Fix Du 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 Oh Okay der hat echt gut daneben gezielt ne Dieser Typ da Wupp Huch No Wird sie gegen mich antreten Oh Nee gib mir auch was Neee Danke So soziale Typ Der Junge Diesen Typen will ich noch gerne Oh Hi du bist meins ja und pausch junge ich nehme euch alle mit ich kann jetzt so lange rumlaufen wie ich will warte ich mache eigentlich wollte ich ja noch weil du schon in meiner richtung was die richtung wechseln aber er macht ja selbstmod nett netter junge ja auf jeden fall das war auch ne falle junge ist das nicht du von eben was tun ist nicht der gleiche feed me bitch danke danke und noch mehr sehen ja nice komm schon orangen und du stirbst jetzt i know that vielleicht wird sie sterben irgendwann wow what the fuck mhm mega sorry for my english oh my god oh lol alter lol lol das musst du dich jetzt auch fragen junge lol nie alter verwisst dich nein wie konnte ich so ein miesen nein ich bin so kacke ich weiß nicht warum mehr konsolation du biatch orga shalom rama na 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 Oh yes, yes I am Guckt dir das an wie schlecht die alle sind Yeah, und so wird man so schnell groß Schon fast die 1000 Videos Guckt man so verarscht man Leute Und dann so verarscht und dann BAM Und dann richtig so Alter, richtig so Okay, verarscht mit Paul Hallo Paul Oh Gott Nein, Paul hat uns verarscht Oh nice, sag ja Immer oft der Neu Spawn Oh lol Headshot Mit dem Kopf You suck man BAM Oh snap BAM Oh snap BAM Oh snap Bitch Get up my way Get up my way Yeah BAM 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 Alter Junge Wow Wow Nice Nice, nice, nice Ich glaub der Preis ist heiß BAM Oh snap BAM 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 Was? Was? Das ist doch nicht wahr Das ist doch nicht wahr Ich grade quitte gleich Spaß Ach warum Alter Ich hab doch gedreht man Es gibt doch nichts schlimmeres man Was soll das hier Die stehen auch nur auf der Stelle hier BAM BAM Alter Geben uns Hilfe auf mal Und die bringen mir irgendwie zwei ein oder so Ja Henry von da Du wirst dein nächstes Ziel Bitch Du wirst dein nächstes Ding Ich werde dich zum Rage Quitten bringen Bro Ehhhh Oh oder dich hier Du siehst schön aus Nee 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 Alter Gut ausgewicht im Büro Vielleicht schwirb's ja trotzdem Woah Yeah Woah Ah fuck Das war so close Alter Junge Das war so close Ich glaube Alter Das war so close Man Das war so close So much close Das war so close So much close Komm schon Komm schon Komm schon Jupp Wow 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 Bam Tja das bringt jetzt kaum was Weil ich ganz klein bin Weil ich ganz klein bin Haha Oh Oh Snap Den hab ich geholt Keine Lücken Leute Keine Lücken Alter Vater Oh Yeah Das Glück ist auf meiner Seite Prost Oh mein Gott Ich schere Ich schere alter Ah Falsches Wort zum Stoß Nach vorne Warum nur Hey na Are you Cool Ich will dich töten jo Leck Leck Kann ich verstehen jo Du leckst richtig hart Ach Maggi Ergibt Sinn Ergibt Sinn Leute Ergibt Sinn Jee Jee Nicht Jee Was für ein epischer Kill Der Lager Leaaack Leck Das war auch viel Futter für mich Danke für deinen Kadaver Kadaver Ich bin am Arsch der Welt man Richtig tief gesunken Warte Fight me Der Zehnte Zehnte K Okay Zehn K Junge Zehn K Bus Ich schwöre Oh mein Gott Ich könnte ausrasten Mann Das war Zu geil Jetzt muss ich wieder Die Noobs zusammen grasen Ja Oder Selber einer werden Es sind auch 603 Leute Gerade auf dem Server Ja 612 werden immer mehr Kein Wunder Was das so Hardcore ist Ne Ja Hast du kommen sehen War Fick dich Meine Ferne Ich bin am Arsch der Welt wieder Jo Illuminate ist Platz 4 Ja Krasser Name Jo Sogar eine Zahl ist Platz 2 Eine krasser Zahl Jo Bestimmt ist das ein 19-jähriger Oder Äh Mann Ich muss auch was hier schaffen Das ist doch nicht deren Ernst Tricks 67 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 Wupp It's all night all day It's work only at My computer Bam All night all day Bam All night all day Yay Yay 5k Bam Haha Du Snitch Und ich bin bei 6,2 Bam Bam 6,3 Oh nice Oh snap Danke für den Kaypro Das müsste sich jetzt ein bisschen angekotzt haben Dass du dabei gestorben bist An meinem Körper 6,8 6,9 Nice Geht ja wieder Gut los Wir können's schaffen Oh Nice 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 Nein 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 Okay, danke Das war's Danke, dass ihr zugeschaut habt Ich bin GoldenGame Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Nächste Folge wie immer Einen Tag später Und Ich bin raus Ciao